Nico, komm mal hierher. Komm mal hierher. So. Oh, ist fein. Inu, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Na komm. So. Hallo. Willkommen zur Gewinnspielermittlung. Wir sind bereit. Ich habe... ruhig. Ich habe alle Namen, alle Teilnehmer auf einen Zettel geschrieben und ich hoffe jetzt, dass zumindest einer meiner Hunde den glücklichen Gewinner oder die glückliche Gewinnerin ziehen wird. Wir haben das noch nie gemacht. Wir haben das nicht geprobt. Das ist jetzt alles völlig chaotisch, völlig live. Ich zeig euch hier... Ja, aha. Hier sind die Zettelchen drin. Das haben ja nicht so viele mitgemacht. Schon mal im Vorfeld danke an alle, die sich beteiligt haben. Oh, was ist denn da drin, ne? Jetzt gucken wir mal, wer einen rauszieht von euch, ne? So. Jetzt guck mal. Jetzt guck mal. Komm rein. Den haben wir. Und der Gewinner ist... Kann man es lesen? Ja. Uh! Tina Lovelog. Chrissy. Chrissy, du hast gewonnen. Jetzt beweise ich euch nur, dass es hier kein Fake ist, ne? Also, weil vielleicht manche denken könnten, mit der Chrissy habe ich schon öfter mal geschrieben. Die hat öfter kommentiert. Also, ich zeig euch mal hier noch alle anderen Namen, die hier teilgenommen haben. Hier. 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 Ja. Also, ich glaube... Ich glaube, ihr glaubt mir das auch. Das wäre auch ein völliger Mist, wenn ich das hier jetzt nicht ehrlich machen würde. Da könnt ihr mir echt vertrauen. Der Sebastian zum Beispiel. Der Sebastian hatte sich ja ausgeschlossen vom Gewinnspiel. Also, der hat freiwillig drauf verzichtet. Und ich glaube auch die MIN. Deswegen stehen wir hier nicht auf den Zetteln. Aber, ja. Wie gesagt. Der Gewinner, die Gewinnerin ist Tina Lovelog. Liebe Chrissy. Herzlichen Glückwunsch von mir, von uns. Du hast gewonnen. Bitte, bitte melde dich bei mir doch innerhalb der nächsten drei Tage. Ab dem Zeitpunkt dieses Videos jetzt. Damit ich deine Adresse bekomme. Damit ich dir den Gewinn zukommen lassen kann. Und was mich natürlich besonders freut. Die Chrissy hat einen eigenen Kanal. Deswegen würde ich mich sehr freuen. Und wahrscheinlich auch alle anderen, wenn du, liebe Chrissy, ein Unboxing filmen würdest von deinem Überraschungspaket. Ja. Geil. Also, ich freue mich für dich. Ich freue mich für alle, die mitgemacht haben. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht, wenn es diesmal nicht geklappt hat. Vielleicht mache ich irgendwann mal wieder ein Gewinnspiel. Wenn es irgendwie, wenn es einen besonderen Anlass dafür gibt. Oder so. Ja. Nochmal herzlichen Dank für alles. Für alle lieben Kommentare. Für alle Abonnenten. Für alle Likes. Fürs Teilen. Für... Danke. Von Herzen. Alles, alles Liebe wünsche ich euch. Und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Mhhh. Mhhh. Die Kamera schon. Mhm. Hast du gut gemacht. Ganz toll gemacht. Tschüss schön. Tschüss. Nö. Yes. Und sagst gerne. Ja. Bis zum nächsten Mal.